Das Recht Italiens bezeichnet die Gesamtheit gerichtlich durchsetzbarer gesellschaftlicher Normen in Italien. Rechtsgeschichte Rechtshistorisch gilt die Wiederentdeckung des römischen Korpus Iuris Civilis im 12. Jahrhundert als überragende Leistung der italienischen Rechtswissenschaft. Als wissenschaftliche Zentren dieser Zeit gelten Pavia und Bologna. In Pavia lehrte man schon um 1050 dk sekundenlang govardische Recht anhand des Liber Papinses. Parallel dazu entstand etwas später in Bologna eine Rechtsschule, die anhand der Institution des Justiniani und des Codex Justinianus unter Mag. Pepo auf eine Beamtenlaufbahn vorbereitete. Die systematische Aufbereitung anhand der scholastischen Methode und die Lehre der wiederentdeckten Digestent durch Iurnrius machten diesen zu einem der wirkmächtigsten Juristen aller Zeiten. Die Verbreitung der Lehre des Iurnrius durch die Quartor Doktors Bulgarus Martinus, Jakobus und Hugo machte ab den 1230er Jahren Bologna zum Zentrum der europäischen Rechtswissenschaft. Zeitweise studierten bis zu 1000 Ausländer in Bologna und verbreiten die Lehre der Rechtsschule von Bologna in ganz Europa. Die dritte Generation der Glossatoren bilden Johannes Bassianus, Aceto und Ecciusius, der die bisherigen Randkommentierungen der Corpus Iuris Civilis Glossen genannt, zur Glossa Ordinaria zusammenfasste. Auch dem mittelalterlichen Lehnsrecht wandte sich zwischen 1150 und 1250 die wissenschaftliche Aufmerksamkeit zu. Ergebnis dieser Beschäftigung waren die Libri-Feuterum, die besonders in Neapel von Carolus de Torco und Matthäus de Afflictes erforscht wurden. Auf Ecciusius und die Glossatoren folgten in Bologna die Kommentatoren. Ihre Erläuterungen des Corpus Iuris erfolgten nicht mehr in Glossen an den Rändern des Originaltextes, sondern in Form fortlaufender Texte. Die wichtigsten Kommentatoren sind Sinus da Pistoia, Baatulus da Sassorferato und Baldus du Baldis. Die Kommentatoren verfassten auch zahlreiche publizierte Rechtsgutachten, sogenannt Konsilia, weshalb sich in der Literatur auch die Bezeichnung Konsiliatoren findet. Neben dem römischen Recht existierten auch zahlreiche Stadtrechte und ungeschrieben Rechtsregeln, die auf den Geschäftsverkehr der oberitalienischen Städte besser zugeschnitten waren als das römische Recht. Das römische Recht galt als die US-Communion hier nur subsidiär. Das früheste Statut entstand bereits im 10. Jahrhundert in Genua, 1160 Dekasikunden-Konstitutum Usus in Pisa, 1216 Dekonsitudins in Mailand, 1242 Dekasikunden-Stadtrecht von Neapel. Das Stadtrecht wurde grundsätzlich eng ausgelegt, sodass dem römischen Recht dennoch eine wichtige Rolle zukam. Ein wichtiger Beitrag der Kommentatoren in der Geschichte des internationalen Privatrechts war die Entwicklung des Kollisionsrechts für die Statuten. Die enge wirtschaftliche Verflechtung der oberitalienischen Städte brauchte eine Lösung bei der Kollision verschiedener Stadtrechte. Die Kommentatoren teilten deshalb die Stadtrechte in verschiedene Klassen ein, die jeweils für ein bestimmtes Sachgebiet Anwendung fanden. Die Statuta Personalia für das Personenrecht, die Statuta Personalia für unbewegliche Sachen und die Statutamixte für Vertrag und Delicht. Der Rechtsunterricht der Bologneser Schule verbreitete sich zunächst in Italien und bald in ganz Europa. Diese Verbreitung des MOS Italicus wird unter der Bezeichnung Rezeption des römischen Rechts verstanden. In der Zeit des Humanismus schwankt der wissenschaftliche Einfluss Italiens und der Schwerpunkt der humanistischen Jurisprudenz verlagerte sich nach Bourget in Frankreich. In Italien verlagerte sich das juristische Schrifttum in die Auseinandersetzung mit der Praxis. In großen Monografien wurden die Gerichtsentscheidungen der Obergerichte und Gutachten gesammelt, besprochen und systematisiert. Unter dem Einfluss von Giovanni Battista de Luca setzte sich nicht nur in Italien die Nationalsprache als Sprache der Rechtswissenschaft gegenüber dem Lateinischen durch. Während die Führungsrolle Italiens in der Rechtswissenschaft an Frankreich und später an Deutschland verloren ging, konnte sich Italien dennoch im Handelsrecht behaupten. Als Begründer des modernen Handelsrechts gelten Benvenuto Strecca und Sigismandus Caccia. Weitere wichtige Beiträge stammen von Raffaele de la Torre im Wechselrecht und Giuseppe Lorenzo Maria Casareggi im Seehandelsrecht. Die Strafrechtswissenschaft begann sich zu emanzipieren und erfuhr europaweit Impulse durch Julius Clarus, Tiberio de Chiani und Prospero Farinacci. Demgegenüber fristete das öffentliche Recht insgesamt noch ein Schattendasein, Jedoch legten Niccolo Machiavelli und Giovanni Bottero die Fundamente der modernen Staatstheorie. Im 17. und 18. Jahrhundert traten Aufklärung und Naturrecht an die Stelle des Humanismus. Zentren der Naturrechtsbewegung waren hauptsächlich die Niederlande und Deutschland. Italien blieb auf Rezeption und Kritik dieser Theorien beschränkt. Die geistige Lage im Strome der Gegenreformation verhinderte jedoch, dass die Theorien Grotius Pufendorfs, Thomasius und Wolfs in Italien Fuß fassen konnten. Ab der Zeit des Humanismus nahm die Gesetzgebung in ganz Europa einen zunehmend größeren Raum ein. Beispiele hierfür sind in Italien die Nuvi Costi zu Nidel Domino di Mailand unter Karl V. oder die Nuvi Ordini im Pimont. Die Rechtswissenschaft setzte sich auch mit diesen territorial begrenzten Normen auseinander und setzten somit den Beginn der Nationalisierung der Rechtswissenschaft in Gang. Schon vor den französischen Kodifikationen gab es Bestrebungen, die wachsende Anzahl territorialen Rechts zusammenzufassen, wie der Kordizestense und das venezianische Strafrecht von 1751 zeigen. Ab der Einführung der Gink-Codes in Frankreich wurden diese bald auch in zahlreichen italienischen Staaten erlassen. Der Code Civil 1804 im Pimont, 1805 in Parma, 1806 im Königreich Italien, 1808 in der Toskana und 1809 in Rom und Neapel. Der Code Panel trat 1810 im Königreich Italien und in Neapel in Kraft. In allen Staaten galten der Code de Présidia Civil und den Code de Commerce. Die Geltung dieser Gesetze war allerdings von kurzer Dauer. Schon bald nach dem Ende der Herrschaft Napoleons wurden sie durch eigene Gesetze und Kodifikationen ersetzt, bei denen jedoch das französische Vorbild klar erkennbar blieb. Bis zum Inkrafttreten des Code de Civil 1866 blieben die regionalen Zivilgesetzbücher in Geltung. Der Code de Civil war laizistisch-liberalen Charakters, wie die Einführung der obligatorischen Zivilie zeigt. Wie der maßgeblich von Giuseppe Pisanelli erarbeitete Code de Civil standen auch andere Reformen dieser Zeit unter französischem Einfluss. Ein Handelsgesetzbuch, ein Code de Présidia a Civil, eine Strafprozessordnung und ein Gerichtsverfassungsgesetz. Etwas später trat 1889 ein Strafgesetzbuch nach Vorarbeiten von Enrico Pessina. Die Rechtswissenschaft des 19. Jahrhunderts war in Italien wenig innovativ und stand in der ersten Hälfte unter französischem Einfluss. In der zweiten Hälfte unter dem Einfluss der deutschen Pandektenwissenschaft in der Tradition Friedrich Karl von Savinisch. Als bedeutende Vertreter des Zivilrechts sind besonders Federico Paolo Sclopis de Serrano, Carlo Fada und Vittorio Sayeloia, der Savinisch-System ins Italienische übersetzte. Die Grundlagen der modernen Prozessrechtswissenschaft in Italien legten Giuseppe Pisanelli, Stanislau Pasquale Mancini und Antonio Sayeloia. Ludovico Barassi gilt gemeinhin als Vater des italienischen Arbeitsrechts. Im Bereich des Strafrechts sind Arturo Rocco und Vincenzo Mancini, im Bereich des öffentlichen Rechts Gian Domenico Romagnosi, Santi Romano, Vittorio Emanuel Orlando und Costantino Mortazzi zu nennen. In methodischer Hinsicht liegen in der Zeit des Königreichs die Ursprünge der modernen Rechtsvergleichung und der anthropolischen Strafrechtswissenschaft. Führende italienische Rechtswissenschaftler begrüßten den antiliberalen und antikapitalistischen italienischen Faschismus. Der neue Korporatismus fand seinen Niederschlag in der Charta der Arbeit von 1927. 1942 trat nach Vorarbeiten Vittorio Sayeloia ein neuer Version. Des Kodizes Zivil in Kraft, der nach schweizerischem Vorbild auch das Handels- und Gesellschaftsrecht und daneben auch das Arbeitsrecht umfasste. Ideologisch gelang durch Vermittlung Emilio Bertis ein Kompromiss zwischen faschistisch-korporatistischer Reform und rein technischer Überarbeitung. Ebenfalls 1942 trat die neue Zivilprozessordnung in Kraft, die auf Arbeiten Giuseppe Cio Vendis Piero Calamandres, Enrico Redentes und Antonio Signes Berute ersetzte eine neue Verfassung, die Verfassung des Königreichs Italien. Nach dieser Verfassung ist Italien eine Repubblica Dämme-Kritike von Deite S. U. Lavoro. Das Privatrecht blieb von dieser Verfassung nicht unberührt. 1975 reformierte man das Familien- und Erbrecht des Kodizes Zivil entsprechend den Vorgaben der neuen Verfassung und beseitigte Ungleichbehandlungen von Ehegatten und unehelichen Kindern. Die Möglichkeit der Scheidung bestand bereits seit 1970. Die Bedeutung der Kodifikationen ist insgesamt gesunken. Zahlreiche Einzelgesetze wurden ihnen zur Seite gestellt. Natalino Irti nannte die Dekodifikatione. Die Gründe hierfür liegen im wachsenden Einfluss philosophischer und soziologischer Strömungen auf das Recht im Gefolge Norberto Bobbio. Privatrecht, Gesellschaftsrecht, Öffentliches Recht, Verfassungsrecht, Steuerrecht, Strafrecht und Strafprozessrecht. Das italienische Strafrecht ist in der Tradition des kontinentalen Rechtskreises godifiziertes Recht. Wichtigste Rechtsquelle ist der Kordizepinale, der nach seinem Schöpfer Aitororoco auch Kordizepinale genannt wird.